Über Fremdung, Geburtenrückgang, Verarmung, Staatsversagen. Diesen Missständen sagen wir den Kampf an. Wir, die NPD in Mecklenburg-Vorpommern, haben längst erkannt, dass die bestehende Vetternwirtschaft der ewig gestrigen Politversager keine Zukunft in unserer Heimat haben darf. Wir setzen uns für den Schutz der Familie ein. Den Genderwahnsinn tragen wir nicht mit. Wir erhalten unsere Kultur und Tradition. Die politische Korrektheit überlassen wir den Opportunisten. Wir kümmern uns um das Rückgrat unserer Wirtschaft. Lobbyismus ist Sache der Arbeiterverräter. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Es geht um den Erhalt unserer Identität. Es geht um das Vorankommen unserer Heimat. Und es geht jedem etwas an. Darum rufen wir alle Landsleute in Mecklenburg-Vorpommern auf. Gehen Sie am 26. September zur Wahl und strafen Sie die Versage ab. Am 26. September NPD wählen.